Servus miteinander aus der schönen Oberpfalz. Ich erkund gerade einen neuen Wald und ich habe ein Stück weiter unten schon eine Baumperle gesehen. Und ich muss sagen, es geht schon ganz gut los. Zwar nicht, dass sie runter geht. Doch, sie geht runter. Eine schöne Buchenperle mit Altholzanteil. Cool. Schon angefressen. Ja, zeige ich euch noch was. Moment. Zehn Meter daneben. Das ist allerdings Baumgräbs. Er darf dranbleiben.